Jetzt ist es ein bisschen besser. Ich gebe auch die Taschen, damit ich heute die da wäre. Dass die Hände frei hast. Die sind auch da, ja. Dort kommt der Passau. Aja! Der Fick, der Fungel hat auch da drauf. Lachs aber fährt er schon. Viel Gäste fährt er nicht durch. Ja, er fährt bei der offenen Tür. Hast du das gesehen, da hinten? Ja, das hinter der offenen Tür. Fährt locker und rausgeschaut. Guck. Guck.